I gotta do it for God, I'm going LeBron in the paint, I'm coming for Audioball, I'm with the dogs and we're back in the stu. Thought that you knew, I'm with the dogs, what you gonna do? Play with the sticks, die in the streets, cook that bread with the team, they got a feast, I made a beat, go bang. Also, in dem heutigen Video geht es um das Thema Bewertungen. Okay, als Online-Anbieter muss man sich natürlich auch mit Kritik auseinandersetzen. Man sammelt nicht nur positive Bewertungen, sondern auch logischerweise negative oder neutrale, kann man nicht sagen, mittelmäßige, durchschnittliche Bewertungen. Wir haben uns für den Anbieter Trustpilot entschieden. Es gibt in Deutschland oder europaweit oder vielleicht sogar weltweit, ich weiß es nicht, aber es gibt zwei große Anbieter. Einmal ist es Trusted Shop und Trustpilot. Okay, ich möchte euch erstmal ein bisschen was dazu erzählen, wie wir überhaupt uns dazu entschieden haben, bei Trustpilot aktiv zu sein. Denn diese Entscheidung war nicht unsere. Folgender Hintergrund. Wir haben vor Jahren mal eine E-Mail bekommen von einem Kunden oder von einem potenziellen Kunden, von einem Interessenten, der gesagt hat, ja, ich würde gerne bei euch bestellen, aber diese negative Bewertung über euch im Internet, die hält mich ein bisschen davon ab. Und da haben wir gesagt, was für eine negative Bewertung? Wo soll uns jemand negativ bewerten können? Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir noch kein Bewertungsprofil. Da hat er uns einen Link geschickt und dieser Link war von Trustpilot. Denn bei Trustpilot ist es so, man kann über Firmen Rezensionen, Bewertungen abgeben, ähnlich wie bei Amazon, ohne überhaupt bei dieser Firma nachweislich etwas gekauft zu haben. Das ist dann eine sogenannte nicht verifizierte Bewertung. Das heißt, ich kann jetzt bei Firma XYZ eine Bewertung abgeben, obwohl ich da gar nichts gekauft habe. Das wird nicht geprüft. Und erst wenn die Firma dann sagt, okay, das möchte ich mir bitte verifizieren lassen, dann muss der Käufer sich anhand seines Ausweises oder anhand seiner Bestellnummer oder, oder, oder verifizieren. Dann ist es eine verifizierte Bewertung. So weit, so gut. Das eigentliche Problem ist, dass wir als Firma oder als Marke, als Anbieter überhaupt gar keinen Account bei dieser Bewertungsplattform hatten. Soll heißen, wir wussten davon gar nichts und wir können uns logischerweise auch nicht gegen ungerechtfertigte Bewertungen wehren. Okay, dieser Kunde hat uns dann darauf aufmerksam gemacht und wir sind dann hingegangen, haben uns die Plattform angesehen und haben dann das Profil über unsere Firma beanspruchen können. Das konnten wir machen. Das kann, auch dieses Profil können Sie theoretisch jede Person beanspruchen. Man muss sich dann natürlich auch verifizieren mit Gewerbeschein, Handelsregisterauszug, Personalausweis und so weiter. Das haben wir alles gemacht und dann war es unser Profil. Das Profil war erstmal kostenlos und man kann dann auf Bewertungen, die man bekommt, antworten. So weit, so gut. Dann gibt es auch eine Bezahlmöglichkeit. Da musste man irgendeinen kleinen Betrag, ich weiß nicht welcher Betrag das war, bezahlen. Dann kann man auch Einladungen versenden. Nicht viele, aber man kann irgendwie, ich weiß es nicht, 100 Einladungen oder so versenden im Monat. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es 100 waren oder weniger oder ein bisschen mehr. Auf jeden Fall nicht wahnsinnig viele. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber schon tausende Bestellungen im Monat. Das heißt, wir konnten nur einen Bruchteil unserer Kunden überhaupt erreichen und sie dazu einladen, eine Bewertung abzugeben. Sei es positiv oder negativ. Das haben wir dann, ich weiß nicht, vielleicht ein oder zwei Jahre gemacht. Und im letzten Juni sind wir erst dazu übergegangen, ein größeres Paket bei Trustpilot zu buchen, welches uns dann ermöglicht, alle unsere Kunden anzuschreiben. Das geht automatisiert, sodass wir natürlich auch mehr Bewertungen einsammeln können und auch potenziellen Kunden einen besseren Überblick verschaffen können, was andere Kunden bei uns gut finden oder schlecht finden. Das soll ja eigentlich dafür sein, dass Kunden oder Interessenten sich einen Einblick verschaffen können über die Firma, über den Service und auch über die Produkte. Und das ist auch völlig absolut in Ordnung. Deswegen haben wir da auch dann ein größeres Paket gebucht. Das kostet schon einiges an Geld. Ich gehe jetzt auf die Zahlen nicht ein, weil ich nicht weiß, ob das konform mit den AGBs ist, wenn ich jetzt Preise da ausplabbere. Deswegen sage ich dazu gar nichts, aber es ist nicht günstig. So laden wir dann automatisiert Kunden nach der Bestellung ein, eine Bewertung abzugeben, sei es positiv oder negativ. Und wir sind dann von ursprünglich, als wir dieses erste Paket hatten, was wenig gekostet hat, da hatten wir irgendwie, also erstmal hatten wir gar keine Bewertung, sondern nur eine negative. Dann haben wir angefangen, im kostenlosen Paket oder in diesem Niedrigpreis-Paket Bewertung einzusammeln und konnten dann einmalig auch zurückliegende Transaktionen eine Einladung rausschicken, sodass wir innerhalb kurzer Zeit auf 300, 400, 500 Bewertungen gekommen sind. Und dann stagnierte das so ein bisschen auf dem Level, bis wir dann das höhere Paket gebucht haben. Und dann hatten wir schnell 1.000 Bewertungen und dann bis zum Ende des Jahres 2023, wie gesagt, wir haben im Juni 2023 dieses höchste Paket gebucht und sind dann ganz schnell auf knapp 2.000 Bewertungen zum Jahresende gekommen. Jetzt im Januar, im vergangenen Januar 2023 oder Ende Januar oder Mitte Februar, irgendwie jetzt vor kurzem, haben wir dann die 2.000er Marke geknackt und Stand heute, ich aktualisiere jetzt mal, sind wir bei, heute ist Samstag, der 30. März, sind wir bei 2.141 Bewertungen mit 4,7 Sterne. 87% sind 5-Sterne-Bewertungen, 5% sind 4-Sterne-Bewertungen, 2% jeweils 3- und 2-Sterne-Bewertungen und 4% 1-Sterne-Bewertungen. Und dazu möchte ich mich jetzt äußern. Erst einmal vorab an alle Leute, die uns mit 5-Sterne und 4-Sterne bewertet haben, vielen Dank dafür. Okay, das freut uns natürlich, dass ihr zufrieden seid. Und insbesondere, wenn es verifizierte Bewertungen sind, und das ist bei uns der Großteil, das heißt, das sind echte Kunden und keine Fake-Bewertungen, was uns jetzt ja natürlich als erstes vorgeworfen werden würde, oh, Fake-Bewertungen. Nein, das sind alles echte Bewertungen. Und zu den positiven Bewertungen gibt es natürlich nicht viel zu sagen, außer vielen Dank. Aber jetzt geht es in diesem Video vermehrt um die negativen Bewertungen. Warum gibt man überhaupt eine Bewertung ab? Ich persönlich in meinem privaten Leben habe schon verdammt viel online bestellt, weil ich online aktiv bin seit über 20 Jahren. Ich verreise sehr viel, ich schlafe sehr viel in Hotels, beruflich und auch privat. Ich habe noch nie eine Bewertung bei Booking.com abgegeben. Bei Amazon habe ich, glaube ich, noch nie eine Rezension abgegeben. Und bei Trustpilot oder Trusted Shop auch nicht. Bei Google habe ich schon mal eine Rezension abgegeben, aber auch nur, weil ich von Geschäftspartnern dazu eingeladen wurde, ja, magst du das bitte rezensieren, ob positiv oder negativ. Und ich habe da eine positive Rezension abgegeben, zwei-, dreimal. Ich habe sonst keine negativen Bewertungen abgegeben. Auch keine positiven, wie gesagt, außer zwei-, drei Stück. Aber natürlich habe ich schon negative Erfahrungen gesammelt. Ich habe mir letztes Jahr ein teures Auto hier in Dubai gekauft. Und das Auto hat jetzt nicht wirklich große Probleme gemacht, aber es hat nach bereits drei Tagen, ich habe das Auto gekauft, das wurde dann einen Monat später ausgeliefert. Und drei Tage später haben die Bremsen angefangen zu quietschen. Wie ein Zug. Das nervt so sehr, hat mich so sehr getriggert. Ich bin dann hingegangen, habe das Auto abgegeben für eine Woche, weil ich verreist bin, kümmert euch darum. Das Auto hat Garantie. Okay. Und ist Premium-Segment. Sollte man denken, dass sie das fixen. Ich komme nach einer Woche Reise zurück. Das Auto. Ja, ist alles okay. Okay, abgeholt. Einen Tag später quietscht wieder. Einen Monat später bin ich wieder verreist, wieder Auto abgegeben für eine Woche, oder diesmal sogar zehn Tage. Da wollten die mir 3000 Dintern berechnen. Das sind ungefähr 750 Euro. Da habe ich denen gesagt, seid ihr noch, ich habe es nicht so wortwörtlich gesagt, aber ich habe denen zu verstehen gegeben, dass ihr, glaube ich, verrückt seid. Ihr wollt mir 3000 Dintern berechnen für ein Auto, was ich gerade gekauft habe von euch, mit Garantie, das nach drei Tagen so ein Problem hat. Das kann doch nicht sein. Lange Rede hin und her. Das Auto war insgesamt viermal beim Anbieter in der Werkstatt. Einmal auch zum jährlichen Service, den ich natürlich bezahlen muss und auch bezahlt habe. Da habe ich auch die Bremsscheiben oder Belege, ich weiß nicht mehr, was es ist, wurde getauscht. Ich habe gesagt, komm, ich habe die Schnauze voll, tausche das aus. Das hat mich insgesamt 2500 Euro gekostet. Service und Bremsen. 2500 Euro. Und mir wurde versprochen, dass alles in Ordnung ist. Und was war? Nach zwei Tagen die Bremsen quietschen wieder. Da habe ich aufgegeben. Weil es bringt nichts. Warum erzähle ich euch das jetzt? Ich war richtig angepisst. Das kotzt mich bis heute an. Ich steige in mein Auto ein, was ich sonst, ich bin mit dem Auto sonst super zufrieden. Vom Aussehen, vom Fahrerlebnis, vom Platz, vom Preis, vom Verbrauch, vom allem. Ich bin rundum zufrieden. Nur diese Bremsen, ja, ich will jetzt keine Schimpfwörter benutzen, aber die ballern so richtig negativ rein. Ich habe trotzdem keine negative Bewertung abgegeben. Trotzdem. Warum? Das ist Zeitverschwendung für mich. Das bringt mir nichts. Das bringt mir persönlich nichts. Das bringt mir nichts. Da habe ich gesagt, scheiß drauf, mache ich nicht. Es würde andere Leute vielleicht davon abhalten, dort zu kaufen. Ja, weiß ich nicht. Kleine Nebengeschichte. Auf jeden Fall, da ging es um einen hohen 5-stelligen Betrag und trotzdem habe ich keine negative Bewertung abgegeben. Jetzt kommen wir zurück zu uns, zu Taipan-Schmuck. Es gibt Leute, hier ist einer zum Beispiel, könnt ihr mal auf unser Profil gehen, dann geht ihr auf Filtern, auf 1-Sterne-Bewertung, wenn ihr das machen möchtet. Nee, auf 1-Sterne-Bewertung. Und da ist einer, der nennt sich Amadeus. Okay. Vom 10. März 2024, die Überschrift lautet, was ich dehne und tue. Weiß ich nicht. Also, was ich dehne und tue, das traue jedem anderen zu. Wahrscheinlich so, was ich denke und tue, das traue jedem anderen zu. Keine Ahnung, ich bin kein belesener Poet. Der hat eine negative Bewertung verfasst. Es geht dabei um 4 Euro Kosten für ein Retouren-Label, weil wir keinen kostenlosen Versand anbieten. Um 4 Euro. Er hat was gekauft und wollte es zurückschicken. Wenn bei uns jemand ein Armband bestellt und es passt nicht und er möchte es zurückschicken und sein Geld zurückhaben. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, kann er machen. Er schickt es zurück am gleichen Tag, wenn wir das Armband bekommen und es in Ordnung ist, erstatten wir ihn in den Kaufpreis. Aber er muss die Rücksendekosten tragen. Wenn du jetzt als Kunde zu DHL gehst, dann zahlst du da 6, 7 Euro für in der Postfiliale. Bei uns im Retourenportal, was wir anbieten, das vereinfacht nicht nur den Retourenprozess, sondern es gibt ein günstigeres Versandlabel, nämlich mit DHL als Paket bis 500 Euro versichert mit Sendungsnachweis, mit Sendungsverfolgungsnummer. Für 4 Euro. Wir zahlen auch wirklich 4 Euro an DHL und wir geben es 1 zu 1 weiter an die Kunden. Letztendlich aufgrund der Manage-Stellung zahlen wir sogar ein bisschen drauf, aber das sei mal ein anderes Thema. 4 Euro. Er war nicht bereit, das zu bezahlen. Er hat dann 2 negativen Bewertungen abgeben. Wo bleibt das Rücksendeetikett? Das Armband entspricht nicht meinen Erwartungen. Gerne würde ich es zurückgeben, doch leider scheint eine Rücksendung Erstattung schwierig, obwohl ich fristgerecht widerrufen habe. Laut Geschäftsbedingungen soll eine kostenlose Rücksendung möglich sein. Nur warum antwortet man nicht, außer dass meine Mail bearbeitet wird? 5 Fragezeichen. Das sollte doch ein standardisiertes Verfahren sein. In unseren AGBs steht, beziehungsweise in unserer Videosbelehrung, dass der Kunde die unmittelbaren Kosten einer Rücksendung zu tragen hat. Wie gesagt, wenn einer ein Armband bestellt und es zurückgeben möchte, oder egal was man zurückgeben möchte, muss der Kunde den Rückversand bezahlen. Das ist einfach so. Möchtet er das Armband umtauschen gegen eine größere oder kleinere Größe, dann ist es so, dass wir dem Kunden einen kostenlosen Rückversand anbieten, wenn er das neue Armband kauft. Das finden wir fair und bieten es dementsprechend an. Soll heißen, du hast anstatt 21 cm 19 cm Armband bestellt, du möchtest es umtauschen. Kauf das neue Armband, schick uns die Bestellnummer und wir schicken dir dann auch ein DHL-Label, mit dem du das erste Armband zurückschicken kannst. Das ist dann für dich kostenlos. Warum? Weil der Sale, der Verkauf bleibt ja. Das erste Armband kommt dann zurück, erstatten wir, aber er hat ja ein neues gekauft. Weil unterm Strich muss man ja auch fairerhalber sagen, wir betreiben hier keinen Wohltätigkeitsverein, sondern ein Geschäft. Wir haben es mal versucht, kostenlosen Versand für alle Retouren, kostenlosen Rückversand anzubieten. Das haben die Leute einfach schamlos ausgenutzt und bestellen, bestellen, bestellen. Wie die Leute sich Klamotten bestellen, ach T-Shirt gefällt mir, ich weiß nicht, Größe ML, XL, ich bestelle einfach jede Größe, jede Farbe und schicke den ganzen Schund dann zu Zalando, Zara, H&M und so zurück. Diese großen Firmen, selbst diese großen Firmen machen das nicht mehr so locker mit, aber früher haben die es halt einfach gemacht und Zalando war auch eine der Firmen in Deutschland, die das überhaupt etabliert hat, diesen kostenlosen Rückversand und die Leute so darauf getrimmt hat, dass alles kostenlos sein muss. Wir haben dann diese Testphase mit kostenlosen Retouren ganz schnell wieder beendet, ich glaube nach zwei Monaten und sind wieder dazu umgeswitcht, dass wir Retouren berechnen, wenn es eine Erstattung ist, eine Rückgabe ist, wenn es ein Austausch oder ein Neukauf ist, dann aus Kulanz ist es möglich, ein kostenloses Retouren-Label zu dem Kunden zu geben. Jetzt mag der ein oder andere sagen, warum seid ihr so klein nicht wegen 4 Euro Kosten? Wir haben ja nicht 10 Retouren im Monat, wir haben an manchen Monat haben wir 1.000, 1.300, 1.500 Retouren im Monat, das sind dann mal ganz schnell 4.000 bis 6.000 Euro. Nur für die Retoure, der Hinversand ist ja auch schon kostenlos ab 50 Euro Bestellwert in Deutschland. Nur weil es kostenloser Versand heißt, heißt es ja nicht, dass es nichts kostet. Und wie gesagt, wir zahlen ja an DHL 4 Euro für ein Paket in Deutschland. Und ins EU-Ausland zahlen wir keine Ahnung, ich glaube so 10 Euro und wir berechnen bis 100 Euro Bestellwert 6,90 Euro. Das heißt, auch da zahlen wir drauf. Und ab 100 Euro Bestellwert meine ich ins EU-Ausland berechnen wir gar nichts. Wir zahlen trotzdem 10 Euro. Das sind wie 9,60 Euro oder so. Und in die Schweiz berechnen wir 15 Euro und ab 300 Euro Bestellwert, glaube ich, ist es dann kostenlos. Wir zahlen aber 25 Euro für ein Paket. Und der Zoll, die Zollabwicklung, der Zoll, der Papierkram ist auch enorm. So heißt es, es gibt keinen kostenlosen Versand, weder für uns noch für sonst jemanden. Es wird immer bezahlt. Irgendwer zahlt die Rechnung. Und das sind in diesem Fall wir. Okay, das heißt, Hinversand kostenlos, 4 Euro. Rückversand bei einer Erstattung kostenlos, nochmal 4 Euro. Das heißt, wir haben 8 Euro bezahlt plus Zahlungsgebühren und so weiter und so fort, plus die Personalkosten, die diese Bestellungen einmal verpackt haben, verschickt haben und bei der Retour wieder auspacken, kontrollieren und so weiter und so fort. Das sind alles Kosten. Das heißt, wir hätten in diesem Fall Retourenkosten von 10, 12 bis zu 15 Euro. Und das ist im E-Commerce auch so normal. Okay, warum sollen wir das machen? Wenn mir jetzt bitte einer einen guten Grund nennt, dann bin ich ihm nicht nur sehr dankbar, sondern dann überlege ich mir auch nochmal, ob wir wieder kostenlose Retouren einführen. Die Reise geht aber momentan in eine ganz andere Richtung, auch bei vielen anderen Anbietern, dass es nicht mal mehr kostenlosen Hinversand gibt. Egal, wie hoch der Bestellwert ist, die Leute gehen dazu, die großen Firmen gehen dazu über, wieder für den Versand Kosten zu berechnen. Weil man hat die Kosten ja auch wirklich, okay? Wir können natürlich die Kosten umlegen auf jede Bestellung und auch die Retourkosten. Nicht auf jede Bestellung, auf jeden Artikel. Dann wären die Artikel aber teurer. Und das ist unfair den Leuten gegenüber, die einfach Artikel bestellen, von denen wir zum Glück Tausende haben und dafür sind wir sehr dankbar und die auch die Artikel behalten. Oder ohne zu meckern auch den Zurückschicken auf eigene Kosten. Vier Euro. Okay, dieser Herr Matthäus hat dann sich so aufgeregt darüber, wegen vier Euro, wegen vier Euro und hat dann eine negative Bewertung abgegeben. Okay, ist ja sein gutes Recht. Wenn du jetzt aber auf sein Profil gehst, er hat sieben Bewertungen abgegeben, dann sind die ausschließlich negativ. Okay? Jetzt komme ich nämlich, jetzt spanne ich den Bogen und komme wieder zurück zu meiner Geschichte mit meinem Auto. Er gibt nur negative Bewertungen ab. Nur negativ. Sieben Bewertungen, davon sind sieben negativ. Was sagt das über ihn aus? Er gibt keine positive Bewertung ab. Heißt das, dass er siebenmal irgendwo online bestellt hat und siebenmal enttäuscht wurde und deswegen negativ rezensiert? Nein. Der gute Herr bestellt sicherlich öfters online und ist mit dem Großteil der Artikel, die er bestellt, zufrieden. da macht er sich aber nicht die Mühe, um positiv zu bewerten. Was bedeutet das? Man benutzt dieses Tool der Bewertung nur um sich auszukotzen und wenn man nicht das bekommen hat, was man von der Firma möchte, in unserem Fall kostenlosen Rückversand, um der Firma einen reinzudrücken und dieser Firma zu schädigen. Er möchte nicht anderen Kunden seine Erfahrung mitteilen und sagen watch out, achtet darauf, dass es dort keinen kostenlosen Rückversand gibt, das solltet ihr bei eurem Kauf überdenken. Nein, es geht ihm einzig und allein darum, uns einen reinzudrücken oder den anderen Firmen. Weil sonst wären in seinem Profil auch positive Bewertungen. Okay? Ist aber nicht so. Und zurück zu meiner Geschichte. Ich gebe gar keine Bewertung ab, weder positiv noch negativ. Finde ich fair. So, wenn ich jetzt was heißt fair, ich nehme mir einfach nicht die Zeit und ich bestelle so viel für die Firma, privat, für mehrere Firmen. Wir geben so viel Geld für verschiedene Tools aus im Monat. Das sind tausende Euro, die wir nur für Tools und Software ausgeben. Manche davon sind sehr gut und erleichtern uns das Leben und manche davon sind irgendwie nicht so gut. Aber wir geben da keine, ich gebe da keine Bewertungen. Weder negativ noch positiv ab. Ja, man sollte immer positiv oder auch negativ, also man sollte immer eine Bewertung abgeben. Oder was heißt man sollte? Es ist hilfreich, es hilft Firmen. Firmen, die gut arbeiten, die einen guten Job machen, so wie wir, weil, wie gesagt, kommen wir zurück zur Übersicht. Wir haben 2.141 Bewertungen, davon sind 4% negativ und von diesen 4% bin ich mir ziemlich sicher, die Hälfte ist ungerechtfertigt. Ich will nicht sagen, dass wir frei von Fehlern sind, wir machen auch Fehler. Bei uns im Lager arbeiten Menschen, die können mal einen falschen Artikel verpacken, die können mal vielleicht auf eine E-Mail falsch antworten oder nicht so freundlich antworten, das ist aber vielleicht auch gar nicht so gemeint, es kommt einfach so im Geschriebenen anders rüber, als wenn man am Telefon das besprechen würde. Oder wir vergessen mal irgendwas, es kann sein. Das nicht ausschließen, dass wir nicht auch mal Bock missbauen. Dafür entschuldigen wir uns auch und wir stehen auch dafür ein. Aber der Großteil ist, 87% sind 5 Sterne. Das sagt doch alles. Sorry für den Lärm, irgendwer ist hier jetzt am Flur, keine Ahnung, was sie da machen, am Staubsaugen oder so. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Unser Verhältnis da von Negativen und Positiven spricht eigentlich für sich. Aber wenn ihr auf die Seite geht, dann seht ihr ja rechts an der Seite noch Kategorien. Da gibt es einmal die Kategorie Modeschmuckgeschäft, da sind wir auf Platz 6. Juwelier sind wir auf Platz 4. Schmuckersteller sind wir auf Platz 5. Und Juweliergeschäft sind wir auf Platz 7. Das sind die vier Kategorien, zu denen wir zuzuordnen sind. Und da sind wir ziemlich weit oben. Wenn ihr euch jetzt die Mühe machen wollt, in die Kategorien reingehen wollt, zum Beispiel klickt ihr auf Kategorie Juwelier, da sind wir auf Platz 4 oder 5. Da steht zwar 4, aber wenn man durchzählt, sind wir eigentlich auf 5. Wir haben 4,7 Score, Trust Score. Die anderen haben, die über uns sind, haben 4,8 beziehungsweise 4,9. Und ich kenne diese Firmen nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen, aber alleine von deren Bewertung gehe ich davon aus, dass es gute Firmen sind, die einen guten Job machen und die Kunden sind damit zufrieden. Ich weiß nicht, wie lange die schon Bewertungen sammeln, wir sammeln, wie gesagt, erst professionelle Bewertungen seit letztes Jahr Juni und ich bin mir ziemlich sicher, weil wir, unser Trust Score ist ein Punkt niedriger, aber unsere Bewertungen sind höher als alle anderen, dass wir in dieser, in diesem Ranking auch noch aufsteigen werden. Wir haben schon andere Firmen überholt, die schon seit viel längerer Zeit Bewertungen sammeln und das kommt nicht von irgendwoher. Wenn man einen guten Job macht, wenn man eine gute Leistung erbringt, dann wissen die Leute auch zu wertschätzen und wie gesagt, ich glaube, dass, was weiß ich, wir kriegen im Monat so zwischen 150 bis 200 Rezensionen. Bei mehreren tausend Bestellungen ist das prozentual, keine Ahnung, 200 Bewertungen wären 4%. Würde jeder eine Bewertung abgeben, oder jeder zehnte oder was weiß ich, dann wäre es ganz anders. Aber das trifft nicht auf uns zu, das trifft ja wahrscheinlich auf alle zu. 4%, 5% denke ich mal, dass die Leute Bewertungen abgeben. Okay. Wie auch immer. So viel zum Thema Bewertung. Aber gehen wir mal zurück zu den Bewertungen. Das war jetzt der Amadeus, 4 Euro wegen kein kostenloses Rückversand. Ja, die anderen, keine Ahnung, könnt ihr euch selber angucken. Mein Kollege aus dem Support, Oktay, der bearbeitet die Rezension, weil er auch die Fälle im Support derzeit bearbeitet, deswegen kennt er die meisten Fälle oder kann schnell herausfinden, wenn die Leute unter ein Synonym bewerten, wer denn da wirklich derjenige ist, der bewertet. Häufig ist das einfach nur Quatsch und wie gesagt, wenn wir mal Bock missbauen, dann möchte ich mich jetzt auch noch mal im Namen der ganzen Firma und des ganzen Teams dafür entschuldigen. Wir wollen logischerweise niemandem ein schlechtes Kauferlebnis bieten, das ist nicht unser Anspruch, wir wollen, dass jeder Kunde zufrieden ist, aber auch wir sind nur Menschen, bei uns arbeiten nur Menschen, wir haben keine Roboter und selbst Roboter würden Fehler machen. Seid bitte so fair und bewertet, sowohl uns als auch egal wo ihr kauft, fair. Okay, 4 Euro Rückversand, wenn es in den AGB steht, wenn es in der Widerrucksbelehrung steht, wenn es in dem Retourenportal oder irgendwo, wenn es doch da steht, dann regt euch doch bitte nicht darüber auf, dass die Firma hinterher sagt, nein, machen wir nicht. Und viele wollen uns auch erpressen mit, ja, wenn das und das nicht passiert, dann bewerte ich euch negativ, dann mach es, dann mach es einfach, uns ist das egal. Es ist uns nicht egal, aber wir lassen uns nicht erpressen. Das haben wir noch nie gemacht und wählen wir auch nie. da gibt es ganz andere Baustellen, wo wir einklicken würden als eine Bewertung, okay? Und insgesamt, allgemein, ganz am Anfang dieses Videos habe ich ja gesagt, dass wir uns nicht freiwillig bei Trustpilot angemeldet haben. Wir wurden mehr oder weniger dazu gezwungen, weil Leute uns negativ bewertet haben und Interessenten das sehen und das die vom Kauf abhalten. So waren wir quasi gezwungen, uns dort anzumelden und das Profil zu beanspruchen. Und wenn du einmal drin bist und Bewertungen sammelst, dann willst du natürlich mehr, weil du siehst ja auch, das hat ja einen positiven Effekt. Es bietet ja, es hat ja einen Vorteil, das will ich ja gar nicht absprechen, aber es kostet auch viel Geld und wir haben uns da eigentlich, eigentlich wollten wir das nicht. Auf Amazon zum Beispiel zahlst du nicht für Bewertungen, dass du Bewertungen hast. Das ist einfach ein Feature, das gehört einfach dazu. Und jetzt grundsätzlich zum Thema Bewertungen, wir verkaufen Schmuck, der teilweise auch ein bisschen teurer ist und da verstehe ich, dass Leute sich vorher informieren, wer ist denn überhaupt diese Firma? Weil Taipan ist jetzt bekannt für Plattenketten und Königsketten bei einer gewissen Nische, bei einer gewissen Käufergruppe, aber nicht bei der Allgemeinheit. Okay? Und dann der Name Taipan, was ist das, wo kommt das her, kaufen wir hier bei irgendeiner chinesischen Dropshipping-Firma oder, oder, oder. Das sind alles Themen, die werden wir dann in einem anderen Video behandeln. Aber ich verstehe, dass die Leute erstmal recherchieren, bei wem kaufe ich da überhaupt? Und wenn sie dann recherchieren, was weiß ich, in Google eintippen, Taipan Erfahrung oder Taipan Bewertung, dann landen die halt auf Trustpilot. Und dann sehen sie, okay, 2140 positive, oder 2140 Bewertungen mit 4,7 Sternen, das muss ja irgendwie, also wer sich bei diesem Profil gegen einen Kauf entscheidet, nur wegen der Bewertung, wegen ein paar negativen Bewertungen, nimmt es mir nicht böse, aber den wollen wir als Kunden auch gar nicht haben. Der Markt ist groß genug, da gibt es genug andere Kunden und auch genug andere Anbieter, sollen die woanders kaufen. Das ist dann einfach verrückt. Aber warum haben diese Bewertungen für uns auch gar nicht so eine hohe Relevanz und warum lassen wir uns auch damit nicht erpressen? Der Großteil der Leute achtet da nicht drauf. Die wenigsten Leute machen sich die Mühe, wenn sie jetzt was für 50 Euro oder 100 Euro kaufen, sich vorher die Bewertungen durchzulesen. Das ist nicht so. Die Leute machen das nicht. Es machen manche, ja, aber der Großteil der Leute macht es nicht, weil der Großteil der Leute gibt auch keine Bewertungen ab. Wir verschicken ja sogar die Einladung. Wenn sie keine Bewertungen abgeben, dann glaube ich auch nicht, dass sie sich sonderlich vor einem Kauf über Bewertungen, dass sie da großartig recherchieren. Und deswegen hat das für uns gar nicht so eine große Relevanz. Wir sind jetzt da drinnen und werden auch weiter machen und weiter Bewertungen sammeln. Ich will 10.000 Bewertungen haben, so als Meilenstein. Wir sind bei 2.100. Ich denke, das wird zwei Jahre dauern. Dann sind wir bei 10.000, weil natürlich jetzt der Effekt höher ist. Wir haben mehr Artikel, wir haben mehr Transaktionen, wir wachsen, unser Geschäft wächst. Automatisch haben wir natürlich mehr Bewertungen. Irgendwann mal ist das so eine Lawine. Dann sehen die Leute, wow, so viel Bewertung und dann geben die auch vielleicht eher eine Bewertung ab. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So viel dazu. Wenn ihr Anregungen habt, haut es in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Wer sich das Video bis zum Ende angeguckt hat, danke fürs Zuschauen. Was vielleicht ganz lustig wäre, ist, wenn ihr mal die Bewertungen analysiert und dass wir darüber diskutieren vielleicht in den Kommentaren oder so. Was fällt euch auf? Was stört euch? Was gefällt euch? Weil wir wollen auch lernen, wir wollen auch verstehen, wie unsere Kunden ticken. Was hält euch von einem Kauf ab? Was hat euch dazu geführt, Bonds zu kaufen, nachdem ihr die Bewertung gesehen habt? Okay? Also www.typeschmo.de Ihr wisst Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.